So, willkommen zu einem neuen Pitchfrog Tutorial. Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und 2020 steht vor der Tür. Und da wir uns gerade mit Simulationen und speziell mit den Partikeln beschäftigen, soll es heute nochmal ein Video geben zu einem kleinen Feuerwerk. Also wie man mit Partikeln ein Feuerwerk erstellt mit Eevee. Und dazu lösche ich mal diesen Würfel mit X und füge mal eine kleine Pläne hinzu. Für eine kleine Säche, das ist jetzt unsere Welt. Und mit Shift und A füge ich eine UV-Sphere ein. GZ bewege ich die mal ein bisschen nach oben. Und das soll jetzt unsere Partikel emittieren. Und erstmal gehe ich nochmal in die Tabulator-Taste, in den Edit-Modus. Rechtsklick, Sub-Divide, also ein bisschen weiter zu unterteilen. Das wird dann noch wichtig sein. Und jetzt drücke ich nochmal Shift und A und füge eine E-Cosphere ein. Und stelle mal hier in den Last-Operator die Sub-Divisions auf 1. Und schiebe das mal mit G unter unserer Fläche, dass wir das am Ende dann nicht sehen. Das wären unsere Partikel. Ich gehe jetzt mal in die Materialeinstellung. Neues Material. Emission. Ich gehe jetzt schon mal in den gerenderten Modus. und schalte gleich mal Blumen ein. Und wenn ich jetzt die Welt, die mache ich mal noch auf Schwarz. Und gehe jetzt in die Materialien, mache das ein bisschen heller und gebe dann eine Farbe. Machen wir mal Grün. Dupliziere das Ganze mit Shift und D und eine rote Farbe. Da muss ich natürlich erst das Material duplizieren. Schalte mal hier wieder unser Grün an. Jetzt haben wir hier zwei Partikel. Und gehen jetzt auf unsere Sphere. Und auf die Partikel. Neues Partikelsystem. Und wenn ich jetzt hier auf Blättrick komme, jetzt hier wieder wie gewohnt die Partikel raus. Ja, und Feuerwerkskörper, das ist eine Art Explosion. Und da kommen natürlich die Partikel nicht so langsam raus. Deswegen, ich lasse mal den Startframe auf 1. Und hier bei Endframe 200 stelle ich jetzt mal eine 3 ein. Da kommen jetzt die Partikel von Frame 1 bis Frame 3 raus. Mal auf Play. Und jetzt mache ich mal noch die Animation erst kürzer. Jetzt kommen jetzt hier diese Partikel raus. Und stelle jetzt hier bei Velocity hier eine Randomness ein. Dass die so ein bisschen zufälliger rauskommen. Ich stelle das einmal etwas höher. Genau. Jetzt gehe ich runter. Jetzt wollen wir nochmal die Gravitation etwas abschwächen. Und dann gehe ich hier auf die Field Rates. Und bei Gravity gehe ich hier etwas nach unten. Dann werde ich etwas kleiner machen. Also ein bisschen zu klein. Ja, so vielleicht. Und jetzt haben wir hier die Lebenszeit von 50 Frames. Und da schalte ich noch einen kleinen Zufallswert ein. Dass diese unregelmäßig sterben, jetzt verschwinden die nacheinander. Aber sieht nicht zugleich förmlich aus. Dass sie nicht alle plötzlich verschwinden. So, und unter Render. Haben wir hier. Render schalte ich jetzt von Halo auf Objekt. Und hier einen unserer Icus-Firmen rein. Und da haben wir jetzt ja schon unser erstes Partikelsystem. Oh, nicht schlecht mal die Lampe. Die brauchen wir nicht. Ja, und um das jetzt etwas interessanter zu gestalten, mache ich jetzt folgendes. Ich gehe mal wieder in den nicht geänderten Zustand. Und nehme jetzt einen Modifier. Und zwar den Explode Modifier. Bei dem Explode Modifier explodiert jetzt unser Objekt. Deswegen habe ich das am Anfang unterteilt. Und diese verschiedenen Faces, die wir hier sehen, die werden natürlich während dieser Explosion verschoben. An eine andere Stelle als sie ursprünglich waren. Und kann jetzt hier ein zweites Partikelsystem drauflegen. So, gehen wir mal wieder zu den Partikeln. Und ich drücke auf das Plus. Dann haben wir jetzt hier ein zweites Partikelsystem. Wieder Emitter. Und dort schalte ich mal ein, dass das bei Frame 5 startet. Bis Frame 7. Wieder ein Zufallswert bei der Lifetime. Und unten die Gravitation. Die stelle ich wieder etwas runter. Und ich stelle wieder ein Objekt ein unter Ränder. Und dann nehme ich diesmal unser zweites Icosphere. Und jetzt gehe ich nochmal in den Grandouten-Modus und schaue wir uns das mal an. Ja. Und jetzt kommen die Partikel einfach, fallen einfach nach unten. Dann müssen wir jetzt noch diese Randomness hier einstellen. Unter Velocity. Was höher. Dann haben wir jetzt hier zwei ineinander verschachtelte Partikelsysteme. Und jetzt drücke ich mal zweimal schnell A, um das alles abzuwählen. Und das schauen wir mal an. So sieht das jetzt aus. So, und jetzt wollen wir das noch ein bisschen verfeinern. Also ich gehe auf das erste Partikelsystem. Und unter Physik schalte ich hier ein, dass das etwas gedämpft wird. Das wäre es ein bisschen zu stark. Etwas weiter runter. So, jetzt gehe ich auf das zweite Partikelsystem. Und auch hier unter Physik schalte ich etwas Damping ein. Damp. Shift-Taste gedrückt. Kann man hier Feineinstellungen vornehmen. So, und jetzt kann ich natürlich dieses Feuerwerk einfach mit Shift-D duplizieren. Dann haben wir jetzt hier zwei Feuerwerkskörper. Und könnt ihr jetzt hier noch eine dieser Partikel duplizieren. Gehe auf das Material. Kopiere das Material. Und stelle eine andere Farbe ein. Zum Beispiel Blau. Gehe jetzt hier auf ein Partikelsystem. Und dupliziere jetzt ebenfalls das Partikelsystem, indem ich hier auf die 2 drücke. Und kann jetzt hier leicht veränderte Einstellungen vornehmen. Die Lifetime etwas ändern. Partikel etwas runter. Jetzt Partikelsystem 2. Und kann jetzt unter Render ein anderes Objekt einstellen. 002. Und jetzt nehmen wir noch die Startframe und Endframe. Verschieben das etwas. Machen die Velocity noch etwas. Machen die Rammdominess noch etwas höher. Und dann haben wir jetzt hier zwei unterschiedliche Feuerwerkskörper. Also im Prinzip ist das Ganze ganz einfach. Ich brauche ein Objekt, was ich unterteile. Am besten ein Sphere. Und da lege ich mehrere Partikelsysteme drauf. Ein Explode Modifier. Der Explode Modifier wird vom ersten Partikelsystem gesteuert. Hier kann hier dann mehrere Objekte für die Partikel, die alle einen Emid Shader haben mit einer unterschiedlichen Farbe. Dann die Partikelsysteme. Also hier zwei Partikelsysteme. Und der Start- und Endframe sehr nah beieinander liegende Werte. Also zum Beispiel eins und drei. Dass es wie eine Explosion aussieht. Die Lifetime-Randeln ist etwas höher. Und der Velocity hier unter Random, die den Wert etwas höher stellen. Und dann eventuell noch ein bisschen Damping einstellen. Und die Gravitation runterstellen. Und damit kann man schon ein Feuerwerk machen. Dann ganz wichtig natürlich hier noch Blumen einstellen. Sonst ohne Blumen sieht es wirklich langweilig aus. Wenn ich mal hier AA drücke. Da haben wir jetzt einfach hier solche Punkte. Und mit Blumen haben wir jetzt ja diese leuchtenden Effekte. So, und ich habe das Ganze schon gespeichert. Ich gehe jetzt nochmal auf Save. Und was wir jetzt noch machen müssen, bevor wir das rendern, was unbedingt zu empfehlen ist, ist in die Partikel gehen, unter Cache. Und dann haben wir hier den Button Bake. Da können wir jetzt diese Simulation festsetzen. Wenn ich jetzt hier auf Bake drücke, wird die Simulation auf die Festplatte geschrieben. Das sehen wir hier unten, dass die hier immer wieder neu berechnet wird. Hier wird sie dann einmal berechnet und dann ist die so. Aber ich gehe jetzt mal hier auf Bake All Dynamics, um alle beide gleichzeitig zu baken. Und das geht ziemlich schnell. Und jetzt ist das festgesetzt. Und es gibt auch keine Fehler mehr beim Rendern. Und wenn ich jetzt diese Objekte zur Seite schiebe, dann sind die Partikel immer noch an dieser Stelle. Also egal, wo ich das jetzt hinschiebe, die sind jetzt fest. Ja, man kann jetzt mit der Null durch die Kamera schauen. Shift und Ö. Die Kamera ausrichten. Muss mit S zurückgehen. Und kann jetzt hier unser Feuerwerk ändern, wenn ich das will. Du, und das soll es auch gewesen sein für dieses Video und für dieses Jahr. Da wünsche ich euch allen noch einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr. Und vielleicht sehen wir uns dann in einem späteren Video wieder. Pitch Frog Pitch Frog